Flüchtlinge aus der Ukraine verzweifelt, sie wollen keine deutschen Autokennzeichen. Ja, warum wollen sie eigentlich keine deutschen Autokennzeichen? Dabei sind mir noch ein paar weitere Fragen in den Sinn gekommen, denn wie sieht es eigentlich mit dem Versicherungsschutz aus, wenn ich jetzt mit einem Auto, das in der Ukraine zugelassen ist, einen Unfall habe? Wie sieht es eigentlich mit TÜV-Prüfungen für diese in der Ukraine zugelassenen Autos aus? Könnten eventuell auch geklaute Autos unter den Autos mit ukrainischem Kennzeichen dabei sein? Und natürlich, wie sieht es mit dem ukrainischen Führerschein aus? Wie lange darf man damit fahren? Muss man den eventuell irgendwann mal in einen deutschen umschreiben? All diese Fragen klären wir jetzt zusammen in diesem Video. Auf diese Autokennzeichendebatte bin ich aufmerksam geworden, hier auf der Seite von Express.at. Die schreiben ja schon ganz richtig, diese Sorgen hätten ihre Landsleute im Krieg wohl gerne. Ja, die haben nämlich ganz andere Sorgen, außer dass sie da jetzt schlimmerweise so ein Kennzeichen wechseln müssen. Aber in Deutschland gehen die ukrainischen Flüchtlinge jetzt auf die Barrikaden, weil ihre, ja, die schreiben jetzt Luxusschlitten. Ich weiß es nicht, ob da jetzt vermehrt Luxusschlitten dabei sind, sei mal dahingestellt. Aber das schreiben die jetzt hier. Die sollen auf deutsche Kennzeichen umgemeldet werden. Und das Hauptargument gegen diesen Kennzeichenwechsel legen die jetzt hier mit, ja, Gefährdung ihrer Identität fest. Naja, was ist mit der Gefährdung der Rechtssicherheit auf unseren Straßen? Scheint wohl nicht so sehr von Interesse zu sein. Für den Bundesbürger, der schon länger in Deutschland ein Auto angemeldet hat, gelten da andere Gesetzmäßigkeiten. Je nach Bundesland müssen die Deutschen ihre Autos nach einem Ortwechsel spätestens nach vier Wochen auf den neuen Wohnsitz ummelden. Für geschätzt 75.000 Autos aus der Ukraine galt dies bisher nicht. Die hatten nämlich eine Sonderregelung. Nach einer EU-Regelung, die einen möglichst unbürokratischen Schutz der Flüchtlinge gewährleisten sollte, durften Ukrainer ein Jahr lang mit ihren Heimatkennzeichen durch die Gegend düsen. Jetzt schreiben die Österreicher hier, die UA-Tafeln mit blau-gelben Hoherzeichen gehören längst zum Alltagsbild, auch bei uns in Österreich. Ja, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht in eurem Alltag. Habt ihr da viele Ukraine-Kennzeichen, die ihr seht? Gehören da wirklich Luxuskarossen dabei? Würde mich wirklich mal interessieren. Mit dieser Sonderregelung soll jetzt Schluss sein. Die Ukrainer sollen ihre Autos ummelden, was zu heftigen Protesten in der Community führt. Der Verein Deutsch-Ukrainisches Forum ortet gar einen Gewissenskonflikt. Die neue Regelung stellt die Menschen vor einer Gewissensfrage. Sie müssen sich zwischen der Ukraine und Deutschland entscheiden. Ja, können sich ja machen. Also, die müssen die Autos ja nicht ummelden. Die können ja gerne wieder zurück in die Ukraine fahren, wenn denen das lieber ist. Ja, hindert denen ja keiner. Hindert die ja keiner dran. Wir sind ja ein freies Land, wird uns ja immer so schön erzählt. Jo, jetzt kann das natürlich diese Gewissensfrage sein. Aber der Journalist wirft hier noch eine andere Frage im Raum. Und zwar ist das vielleicht auch so schlimm für die ganzen Leute, weil die ganzen Tafeln hier auf dicken Mercedes-BMWs und Audi made in Germany montiert sind. So, das heißt, da wird ja jetzt hier unterschwellig so die Frage in den Raum geworfen, sind das eventuell gestohlene Autos? Auf die Anspielung, ob da eventuell gestohlene Autos mit bei sein könnten, weiß man ja nicht, hat hier der Ernst Schowadisch einen Kommentar geschrieben, antwortet hier einem Mr. Spock, dem wirft er vor, sich rechtlich nicht so auszukennen. Ich weiß jetzt auch nicht, wo die Kommentare herkommen. Die sind hier auf der Seite von Express.at. Wie gesagt, Quellen und alles ist ja immer unten in der Videobeschreibung. Verlinkt könnt ihr ja dann auch selber mal nochmal nachrecherchieren. Er schreibt auf jeden Fall zu den gegebenenfalls geklauten Autos. Es gibt keinen gutgläubigen Erwerb von geklauten Autos. Egal, wer sie geklaut hat und egal, wo sie gestohlen wurden. Ein gestohlenes Auto muss in jedem Falle abgegeben werden. Selbst wenn der Käufer zuvor selbst nicht davon ausging, dass es gestohlen war. Richtig ist, dass innerhalb der Ukraine eine andere Regelung gilt. Aber wenn zum Beispiel in Österreich oder in Deutschland festgestellt wird, dass ein Auto zuvor gestohlen worden war, muss es herausgegeben werden. In der Tat trägt derjenige das Risiko, der es zuvor erworben hatte. Er muss sich dann an den Hehler, also meist auch identisch mit dem Verkäufer, wenden. Von ihm kann er dann den ursprünglich gezahlten Kaufpreis zurückverlangen. So, das kann natürlich auch ein Grund sein, warum die sich jetzt dagegen wehren, deutsche Autokennzeichen zu bekommen. Weil, da könnte es ja auffliegen, dass eventuell das Auto gestohlen wurde. Ich meine, der Käufer oder der Besitzer des Autos kann ja vielleicht wirklich nichts dazu, hat es in gutem Glauben gekauft. Man weiß es ja nicht. Ich habe keine Ahnung, was da in der Ukraine bei den Autohändlern so abgeht. Vielleicht, wenn ihr da Erfahrung habt, wie gesagt, klärt mich gerne auf. Eine ganz wichtige Frage ist natürlich auch, wie sieht es mit dem Versicherungsschutz in der Ukraine zugelassener Autos aus? Weil, wenn ich jetzt einen Autounfall habe mit so einem Auto, möchte ich natürlich ja auch Schadensersatz in Anspruch nehmen. Das klären wir jetzt hier. Auf der Seite von MDR habe ich da was gefunden. Wie gut sind ukrainische Autos versichert? Die schreiben jetzt hier das Letzte, woran man denkt, wenn man vor einem Krieg flieht, sind wahrscheinlich die eigenen Versicherungspapiere. Gut, das kann natürlich mal sein. Andere vergessen sogar ihren Reisepass. Ja, das soll alles vorkommen. Und so kamen hier viele Menschen aus der Ukraine erst mal ohne ihre Autoversicherung an. Bis Ende Mai wurden Schäden, die bei Unfällen mit unversicherten Fahrzeugen erstanden, durch eine Sonderinitiative aufgefangen. Mittlerweile müssen die ukrainischen Flüchtlinge sich allerdings in Deutschland um eine Haftpflichtversicherung kümmern. Aber, wie der MDR jetzt hier auch schon schreibt, machen das überhaupt alle. Das gucken wir uns jetzt mal an. Rund 190.000 Verkehrsunfälle monatlich. Und Sandra Schwarz, die Geschäftsführerin des Grüne Kartebüros und der Verkehrsopferhilfe, klärt uns jetzt mal auf, wie viele davon nicht versichert sind. Und das sind dann ungefähr 20 bis 22 Unfälle pro Monat, die sie gemeldet bekommen und von denen sie dann halt wissen, dass die Fahrzeuge tatsächlich unversichert waren. Und dieser Wert ist ungefähr so hoch, wie die Verkehrsopferhilfe auch sonst im Monat gemeldet bekommt. Das heißt, 20 bis 22 sind so oder so unversichert. Jetzt kommen 20 bis 22 mit ukrainischem Kennzeichen dazu. Das heißt, die Fälle, an denen unversicherte Fahrzeuge teilnehmen, haben sich monatlich verdoppelt. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wenn wir jetzt grob gerechnet 40 bis 50 Unfälle mit unversicherten Autos dabei haben, zu 190.000 Verkehrsunfällen, die im Monat oder so geschehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jetzt einen Unfall mit einem unversicherten ukrainischen Auto habt, sehr gering. Das muss man jetzt einfach mal feststellen. Da kann man also Entwarnung geben. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist überhaupt diese Sonderinitiative der Versicherer? Ich meine, gut, der Versicherer heißt wahrscheinlich, haben sich da sehr viele Versicherungen zusammengeschlossen und die dann die Unfälle mit unversicherten Autos, auch der ukrainischen Fahrzeuge, dann aufgefangen haben. Und die mussten in der Vergangenheit in 300 Fällen einschreiten. Das heißt, 300 Mal mussten die für unversicherte ukrainische Fahrzeuge zahlen. Jetzt ist das hier, glaube ich, nicht näher aufgeführt. Wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung, guckt gerne nach. Aber ich habe es jetzt nicht gefunden. Das heißt also, diese Sonderinitiative der Versicherer hat wahrscheinlich da so einen Finanzpool zusammengestellt, haben da alle reingeschmissen und haben dadurch diese 300 Fälle bezahlt. Das heißt, die Leute, die in Deutschland eine Autoversicherung haben, haben quasi dafür mitbezahlt. So verstehe ich das. Korrigiert mich da gerne. Auf jeden Fall ist diese Sonderregelung jetzt zum Glück ausgelaufen und die Flüchtlinge müssen sich da selber um Versicherungsschutz kümmern. Kann ja nicht immer die Allgemeinheit bezahlen. Haben wir den Versicherungsschutz geklärt? Jetzt schauen wir uns mal an, sind die Autos denn überhaupt verkehrssicher? Wie sieht es mit TÜV aus? Der Deutsche muss ja, es sei denn, er hat einen Neuwagen, muss er ja regelmäßig alle zwei Jahre zum TÜV fahren und dann wird dann halt geguckt, ist das Auto noch verkehrssicher? Ja, wie sieht das jetzt mit den ukrainischen Autos aus? Da sind wir jetzt auf der Seite der Ostfriesen-Zeitung angelangt. Da habe ich was dazu gefunden, warum ukrainische Autos keinen deutschen TÜV brauchen. Hier dann nochmal die Frage nach der Haupt- und Abgasuntersuchung bei Neuwagen alle drei Jahre und danach alle zwei Jahre. Die deutsche Hauptuntersuchungspflicht gilt nur für in Deutschland zugelassene Fahrzeuge. Fahrzeuge aus anderen EU-Staaten unterliegen der periodisch-technischen Inspektion ihres jeweiligen Landes. Die Ukraine ist ja nun mal kein EU-Land und wird es auch hoffentlich nicht. Deswegen, Fahrzeuge aus Nicht-EU-Staaten müssen verkehrssicher und umweltkonform sein, wenn sie in der EU unterwegs sind. Das heißt also, solange die Autos der Flüchtlinge in der Ukraine zugelassen wurden und diese ihre alten ukrainischen Kennzeichen hier behalten, müssen sie nur eigenverantwortlich darauf achten, dass ihre Autos verkehrssicher und umweltkonform sind. Genau das ist korrekt, sagt hier der Klaas-Alexander Stroh, Sprecher der TÜV Nordmobilität GmbH und so weiter und so fort. Und deswegen sind bis jetzt auch noch keine ukrainischen Fahrzeuge einer Hauptuntersuchung unterzogen worden. Ja, vielleicht auch ein Grund, warum die Leute gar keinen Bock haben, ihre Kennzeichen abzugeben, weil dann müssen sie nämlich zum TÜV und eventuell findet der gute TÜV-Prüfer ja dann was, was sie dann kostenpflichtig instand setzen müssen. Ja, ist auf jeden Fall schon mal ein Grund, dass die da sich gegen wehren. Haben wir noch die Frage, wie sieht es mit dem Führerschein aus? Zur Frage des Führerscheins wird hier Dieter Quentin, der Vorsitzende des Fahrlehrerverbandes Niedersachsen, von der Ostsee-Zeitung zu Rate gezogen. Und der verweist auf eine geltende Sonderregelung, die als Folge des Krieges festgelegt wurde. Demnach dürfen Ukrainer mit Flüchtlingsstatus noch bis zum 6. März 2025 auf den Straßen in der Europäischen Union fahren, ohne ihre ukrainischen Führerscheine umschreiben lassen zu müssen. Quentin betont dabei aber nochmal, dass dieser Status dabei die Grundvoraussetzung ist. Das heißt, Studenten beispielsweise, die vor dem Krieg aus der Ukraine hierher kamen, müssen ihn bereits nach einem Jahr umschreiben lassen. Ein Aufbaukurs bei einer EU-Fahrschule, um den Führerschein umschreiben zu lassen, müssen die allerdings nicht machen, da die Verkehrsregeln wohl angeblich ähnlich sind wie in Deutschland. Dazu hat der ADAC einen Blick auf die dort gültigen Verkehrsregeln geworfen. Und da sind Tipps für hiesige Kraftfahrer zu finden, die in das ukrainische Land fahren und wichtige Unterschiede kennen müssen. Demnach wird zum Beispiel ein internationaler Führerschein nur empfohlen. Also wenn ich jetzt in die Ukraine fahren würde, bräuchte ich nicht unbedingt einen internationalen Führerschein. Den bekommt man ohne Prüfung bei der Verkehrsbehörde. Ja, das ist ganz einfach, habe ich auch schon mal beantragt. Aber wie sieht denn jetzt da in der Ukraine mit den Verkehrsregeln aus? Es gibt in der Ukraine zudem Tagfahrlicht, die Promillegrenze liegt bei 0,0 und das Telefonieren am Steuer ist nur mit Freisprecheinrichtung erlaubt. An Bergstraßen hat das aufwärtsfahrende Fahrzeug Vorrang, ebenso wie Straßenbahnen an Kreuzungen. Es folgen weitere Anmerkungen zum Parken, zu Kindersitzen, Warnwesten und mehr. Alles in allem sind die Regeln aber ähnlich wie auf europäischen Straßen und teilweise sogar strenger. Das heißt, da gibt es wohl keine Probleme, sage ich mal, mit dem Führerschein. Das wird schon irgendwo passen und die haben dann halt noch bis 2025 Zeit. Dann ist noch interessant, Busfahrerinnen sollen leichter arbeiten können. In der Ukraine gibt es wohl viele Frauen, die Busse fahren und daher wollen die die jetzt hier in der EU da leicht in Arbeit bringen. Und dazu sieht die EU eigentlich vor, dass in ihren Mitgliedsländern abgespeckte Qualifizierungen für Geflüchtete mit Vorerfahrung angeboten werden. Ja, das ist immer so eine Sache. Klar, wenn die Vorerfahrungen haben, ist natürlich schön und gut. Aber warum dann eine abgespeckte Prüfung? Wenn die doch qualifiziert genug sind, dann sollte es doch auch ausreichen, von ihrem Fachwissen die ganz herkömmliche Prüfung zu bestehen. Und das wäre ja auch denen gegenüber viel fairer, die in der EU einen ganz normalen Führerschein machen und die Prüfung halt nicht einfacher bekommen. Also da weiß ich nicht. Die sollen doch einfach die normale Prüfung machen und gut ist. Naja, auf jeden Fall ist die zuständige Industrie- und Handelskammer aber noch nicht in der Lage, die Prüfung in ukrainische Sprache anzubieten. Da hofft man drauf, dass das in diesem Frühjahr wohl soweit sein soll. Und ja, es heißt so viel, dass davon auch Einheimische profitieren würden. Ja gut, klar können da Einheimische profitieren, wenn mehr Busse fahren. Wer da drauf steht, im öffentlichen Verkehr zu sitzen, also Busfahren ist für mich gar nichts. Ich mag das nicht. Auf jeden Fall schreiben wir ja dann auch hier, dass wenn man denen halt Arbeit vermitteln könnte, wären das ein gutes Mittel gegen die hiesigen Fachkräftemangel. Angeblichen Fachkräftemangel muss man ja immer sagen. Ich weiß nicht, ob das so stimmt mit dem Fachkräftemangel. Auf jeden Fall würde es sich dann am Ende da auch nur um eine befristete Sondergenehmigung handeln, die für die Frauen im März 2025 ebenfalls auslaufen würde. Gut, dann kommen wir jetzt zum Ende des Videos. Wir konnten ja einige Fragen klären, die mit Fahrzeugen, die in der Ukraine zugelassen sind, zusammenhängen. Auch konnten wir über ukrainische Führerscheine und die damit zusammenhängenden Regelungen in der EU sprechen. Falls noch Fragen übrig sind, bitte gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Falls ich die beantworten kann, werde ich das gerne tun. Ansonsten findet sich vielleicht jemand anders, der das beantworten kann. Und wenn du noch jemanden kennen würdest, der sich auch diese Fragen stellt, dann teile gerne dieses Video. Abonniere den Kanal, um in Zukunft keine Aufreger zu verpassen. Und bis dahin, ciao!